Kennst du schon den neuen Campus der FH St. Pölten? Das ist echt der ideale Ort für uns Studierende. Hier finde ich immer einen gemütlichen Platz zum Lernen. Oder um meine Studienkolleginnen und Kollegen zu treffen. Hier treffe ich mich auch gerne mal mit einer Freundin auf einem Kaffee in der Mensa. Das ist auch der Ort, an dem in den Vorlesungen Leute aus der Praxis unterrichten. Und wo Unterricht sogar im Freien stattfindet. Und wenn ich will, kann ich zwischendurch auch einmal Tischtennis spielen gehen. Oder ich kann in einem der vielen Labore mein Wissen einem Praxistest unterziehen. Ja, der neue Campus bietet einfach immer die passenden Räume. Schau doch einfach vorbei, es wird dir sicher gefallen.